Und? Sieht man mich? Höher! Ja, genau, die ich da ranworte. Okay, kein Plan, wenn man das erkennt. Aber wir filmen heute... Mega die Haare runter. Wir filmen heute das erste Video für gedreht worden. Perfekt. Mh, nochmal mit der Bananenschebe. Ja, ganz schön. Das erste Outtack-Video ist bereits vorhand. Nach ca. 10 Sekunden. Ich hab so eine wunderschöne Aufnahme. Und? Sieht man mich? Ja, wenn du deine Kaffee so voll hältst, dann nicht. Ich halt meine Finger nicht davor. Nein, davor. Ja, jetzt sieht man sie. Pepe, was machst du? Hallo? Ich dachte, sie machen nur was für die Tieren. Wuii! Nein. Oh, das... So sieht das aus, wenn man versucht, was für ein Video zu drehen... Ahaha. Keiner filmen will. Ja, fast jetzt so ein Scheiß. Ich kann ja mal kurz einen Ausschnitt einblenden, wie es aussah, als diese gute Dame versucht hat zu filmen, wie ich meine Beine übereinander schlage. Das Ganze seht ihr jetzt. Sieht man auch die... Oh, das sind fast, ey. Die Beine. Nein, nein. Ja. Wunderbar, oder? Hallo meine lieben Fans! Versteht ihr jetzt, was ich meine, wenn man sagt, das klappt hier nicht so ganz mit dem Film? Ich glaube, die kriegen wir nichts auf die Kette. Was machst du denn da? Pepe? Wahrscheinlich sind sie überhaupt nicht im Bild, aber egal. Nee, aber... Voll Spaß! Also Aufruf, wenn ihr sie haben wollt, dann meldet euch unter 0800 01375 1001 Die Endliffer 013 Ähm... Ich hab einen an der Marmel. Wenn ihr auch findet, dass ihr einen an der Marmel habt, dann gebt jetzt einen Daumen nach oben. Guck mal, meine Socken sind schon so kaputt. Hier kommt bald wieder Müll und Müll und Scheiß. Also, Lara möchte gerne eine neue gesponserte Socke haben. Wenn ihr euch bereit erklärt, dann schickt gerne eine Insta direkt auf atgudreton oder schreibt in den Kommentaren oder was auch immer, wie wir uns kontaktieren können. Ich werde in die Infobots überhaupt gar keine Ahnung, ob wir uns überhaupt verstehen können. Ich glaube, ich sollte mir mal ein Mikrofon besorgen, was man hier oben drauf macht. Vor allem, wenn es so windig ist. Ey, Lara hat gerade schon wieder so... Ich hab gespackt, mega scheißgelabert. Oh ja, aber noch ein bisschen Vita-Malz. Gebt euren Pferden auch Vita-Malz oder Malzbier. Dann, wenn ja, lass einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann auch. Ja. Olivia, du sammelst ja Pfand. Ja. Ja, Olivia ist so an, sie müssen Pfand sammeln. Okay, Pfand sammeln. Emily Pilger. Kann Kee! Oh, sie hat mein... Wo hast du mein Handy her? Oh, fuck. Und wäre es okay... Und wäre WhatsApp okay, in Insta sehe ich die Benachrichtigung ja später. Lautst du jetzt noch mal kurz zur Info? Natürlich ist WhatsApp-Kee! Ihr kriegt alle meine Nummer. 0171. Genau an dieser Stelle. Schalten wir ab. Besser ist das. Ja. Ich mache Sex. Für jeden Tag. Ich habe das letzte Mal. Es ist guter. die es wunderschte Empfeierungen zu haben. Ich habe ihn für mich nicht geknalisiert.